Hey yo zusammen und willkommen zu Let's Play Crusader, Stronghold Crusader HD, so rum stimmt's, jetzt mit Mission 11, dem steinernen Tal, Moment, so, schön mit Schwertkämpfern anfangen, ja wir kämpfen gegen drei Schweine, drei kleinen Schweinchen, wird nicht ganz einfach, wir haben vorne Nahrung und Pech und hinten Eisen und Stein und ringsrum überall Bäume, ich weiß noch nicht genau wie ich es jetzt am besten spielen soll, weil, hm, vielleicht irgendwie sowas wie, Ich hätte mal Lust auf Ritter, ich weiß aber nicht, ob das, das hergibt, ich werde auf jeden Fall Brot machen, das ist klar, Brot und ganz viel Eisen wahrscheinlich, ja, ja, äh, okay. Schöner Missklick. Fängt ja schon mal ganz gut an. Bin zur Stelle. Okay. Rücken aus. Erstmal auf 2000 runter, ja, so reicht schon, so. So, ich brauche auf jeden Fall Getreide. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, 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 ich weiß schon. Arbeiter. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ist jetzt nicht schön, aber so ist es jetzt erstmal. So. So. Ich brauche natürlich zügig. Mühlen. Okay. So. Ich werde in diese Richtung bauen. Okay. Und in diese Richtung bauen. dann wird es doch. Okay. Und da sind die ganzen Kittiers. Okay. so. Ich mache hier natürlich wieder einen Doppelwall, ne. Das Ding ist, das Schwein greift relativ früh an. Das heißt, ich habe hier eins, zwei, drei, vier, so. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeilen. Böden. Und Schwerter. Und Rüstungen. Lassen wir es mal so. Okay. Nahrung, auch ganz wichtig. Eins, zwei, drei. Baue ich jetzt mal hier so hin. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Das muss man alles mal sehen. Ich werde da eh noch ganz viel umbauen müssen. Aber erst mal. Erst mal das überhaupt, was da ist. Na, wahrscheinlich nicht. Guten Morgen, eure Lauter. So. Mehl wird gemacht. Dann machen wir Eisen. Wir benötigen Holz. Okay, das hat kein Geld. Hat kein Geld. Hat kein Geld. Aber auch kein Geld. Das heißt, erstmal sind wir relativ safe. Relativ natürlich nur, weil wirklich sicher sind wir da nicht. So, wenn ich hier kein... Ja, ne, werde ich nicht hinbauen. Ich werde hier kein Tor außen klatschen. Ich meine, ich könnte... Ja, ne, aber... Ne, das schaut nicht aus. Nö, nö. Oh, das ist schon aus. Na, warte mal. Ja, ne, das ist ja durch. Ich weiß, wie ich es mache. Okay, okay, okay. Äh, hier noch ne Bäckerei. Hier noch ne Bäckerei. Hier noch eine. Hier noch eine. Okay. Ah, falsch gebaut. Dumm, dumm, dumm. Hier ist bei mir... Ist schon wieder falsch. Meine Güte. Komisch. Hallo. Wow. So, haben wir hier 6 Bäckereien. Und hier 6 Bäckereien. Das sind 12 Stück. Zwölfe Schöpfle gar nicht so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I8 Eisen ist ja schon gar nicht so schlecht. Sieht nicht sehr symmetrisch aus, aber whatever. Ganz ineffizient will ich jetzt natürlich auch nicht dran stehen. So, wie die Leute halt auch extra ums Tor aus rum gehen, na, das ist nicht cool. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle. Wir benötigen Gold. Der Bergfried ist komplett. Na, ist doch schon mal was. Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Mal gucken, wie ich das mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir benötigen Gold. Die Goldvorräte sind zu knapp, Seier. Hallo? Wir haben nicht genügend Güter. Okay. Ich bräuchte halt noch einen Schmied. Die Goldvorräte sind zu knapp, Seier. Na, ein Schmied. Und einen Rüstungsmacher. Ich überlege gerade, ob ich hier Schmied. Ah, das geht nicht. Ich wollte einen Doppelwall. Verzichte ich auf einen Doppelwall? Ich glaube, ich verzichte auf einen Doppelwall. Der wäre zwar cool gewesen, sage ich ganz ehrlich, aber... Oh oh. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Au. Toll, klar. Super, natürlich. Eure Befehle. Unerreichbar. Ja. Rücken aus. Ignorier's ruhig. Ne, ich wollte einen Doppelwall, ich baue einen Doppelwall. Ist egal. Komm. Eine Nachricht vom Schwein. Ja, toll. Ja, toll. Ihr kennt's nicht richtig. Ich drängt euch mehr an. Warte mal, das ganze Holz hierbräue. Guck mal am Anfang so rumgemerzt, das passt schon. So, was ist jetzt hier? So ungefähr. Häuser müssen noch irgendwann irgendwo hin, aber das kommt später. Will ich jetzt erst einen Doppelwall bauen? Ich weiß es noch gar nicht. Baue ich einen doppelten Doppelwall? Ich mache jetzt erstmal innen fertig. So. 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 Okay. Nun denn. So, Pferde kommen bald noch irgendwann. Das ist halt das Teuerste. Ich könnte noch einen Burgraben drumrum spinnen. Das finde ich auch interessant. Mach ich wahrscheinlich auch. Mein Bogen ist euer. Mein Glück habe ich das jetzt gesehen, Mann. Mein Herr. Sind auf dem Weg. Jetzt aber schnell. Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Rücken aus. Okay. So. Gut, gut. So. Ähm. Hier habe ich keinen Doppelwall geplant. Nee. Nee. Einfach nur ganz simpel. Wenn gut ist. Okay. Ich bin zur Stelle. Es wird langsam. Ein bisschen Eisen verkaufen. Es wird ein Wacken bereit. Schwertkämpfer ausbilden. So. Achja, ich war innen noch nicht fertig. Achtung. Genau. Schön wieder rauslaufen. So. So. Zack, zack, zack. Es wird. Es wird. Stück für Stück. Aber es wird. Es wird. Es wird zur Stelle. Es wird zur Stelle. Ja. Ja. So zum Beispiel. Bitte mal ein paar Bogenschützen. Mein Herr. Eure Befehle. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So. Hier und hier so hinstellen. Einfach um so ein bisschen abzunerven. Hier die Produktion. Von den. Käsereien zu stören. Seid gegrüßt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen bemüht. Mein Herr. In Bewegung. Na. Unerreichbar. So. Dann stehe ich überall ein bisschen doof da. Und nervrom. Eure Befehle? Gefällt mir. So. Wie tief kann ich rein? Kann ich überall ein Zweier rein? Da geht's. Oh. Guckt's mal. Hier. Okay. Ich kann hier. Ein Zweier hinbauen. Hier gibt gar nichts. Oh. Das ist jetzt ganz doof. Okay. 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 Dann machen wir das halt ein bisschen anders. Ne. So. Nicht weiter tragisch. Okay. Dann schaut's jetzt halt so aus. Zuck. Gut. Wir werden überfallen. Hallo. Mach's mal bitte Steine. Wir bemötigen Steine. Wir können das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh. Es wird. Es wird. Es wird. Kann ich hinten auch? Ja. Ja. Zwei und zwei. Wir benötigen Steine. Dann macht's mal. Steine. Wir benötigen Steine. Okay. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. So. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Okay. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So. Mein Herr. Sind auf dem Weg. Was viele Bogenschützen sind, aber die braucht's auch. Okay. Hier nerve ich noch rum. Hier hat er mich abgegrast. Ich sollte hier mal so ein paar Schwertkämpfer hinstellen. Okay. Die Häuser muss ich noch woanders hinbauen. Klar. Okay. Mir geht's ganz gut. Nur. Boah. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Krass. Schwein ist böse. Nun denn. Na ja, stimmt. Gut. So. So. Burgraben sagte ich, wollte ich noch haben. Er ist optional, aber. Mal schauen. Aha. Wir folgen euch Herren. Wir stehen zu dienst. Einer für alle. Wir werden über alle. So. Weg töten. Ich bin zur Stelle. In Bewegung. Was wünschten. Na komm. Seid gegrüßt. Vorwärts, Mella. Ja. Gut. Bin zur Stelle. Kein Gold. Es werden Waffen benötigt. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Gut. Ähm. Burgraben. Ja. Ich weiß nicht so recht. Soll ich, soll ich Burgraben machen? Fände ich jetzt schon nice, ne? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Hä? Boah. Jetzt ist hier doch wieder so viel Holz zu Hause. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Okay. 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 Es wird langsam, es wird. Stimmt das überhaupt, ja. Warum, weiß ich nicht, aber es stimmt auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt nicht so ganz in Ordnung hier. Ja, Burgraven zu bauen ist immer so eine Aktion, ne. Okay. Es wird, es wird, es wird. Der ist jetzt eh nicht schön, der ist halt jetzt zwecknehmend. Ja, Burgraven anzuteasern ist wahre Macht, das ist wohl wahr. So. Kein Gold, kein Garn. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So. Dann benötige ich noch... Euer Gnaden? Wir sind bereit. An die Spaten-Männer. Eure Lordschaft? Wie sind die Maße? Euer Gnaden? Wie können wir helfen? Ist die Tiefe berechnet? Nope. Euer Gnaden an die Spaten-Männer. So. So passt's. Äh, dann. Balliste. Balliste. Mangel, 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 Mangel. Als Beispiel. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Okay. So, ich möchte noch Stelle haben. Das heißt, sie müssen irgendwie hier hin. Äh. Äh. Uff, hier ist ja gar kein Platz. Okay, okay. So, aber gut. So ist das halt in der Burg, ne? Hier könntest du das nicht dort platzieren, mein Lord. Weil man immer so unförmig baut, wie ich. Da gehen überall keine Hütten hin. Das ist bescheiden. Das wird so furchtbar. Okay. Aber dann habe ich halt Hütten... ...draußen stehen. Ja, macht's mal. Ihr könnt das nicht dort platzieren, wenn die Mutti da noch weggeht. ...vom Schwein. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Das ist jetzt ungeil. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. 24. Perfekt. Go. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Also viel dürfte er jetzt da nicht schaffen, ne? Aber... Nein, meine Baumeister, sie sterben. Tja. Go. Das hat ja echt alle Tiere dort umgebracht. Naja, irgendwann wird schon irgendwie alles fertig sein. Wow. Toller Angriff. Na gut. Es werden Waffen benötigt, Seier. So, ich brauch natürlich viel mehr Stelle, ne? Das ist klar. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. Klar, ich bin eine arme Sau. Ich hab kein Gold, natürlich nicht. So, vorne ist Zeug zum Zubauen, wer den nicht. Okay. Wir benötigen mehr Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Es kommt da schon wieder an, hier. Wird eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Natürlich, Hackfleisch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Eure Lordschaft, wir folgen euch, Herren. Okay. Schaut soweit auch ganz gut aus. So, wie viele habe ich jetzt noch? Neun. Das ist nicht so wichtig. Okay. Okay. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht, Leute. Ernsthaft? Da drüben. Das ist wahre Nachricht. Hä? Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, okay. Ja. Was wünscht, seid gegrüßt. Belagerungsgeräte bemannt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bogenschützen bereit. Okay. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Gold. Ich bin wirklich bei wie viel? 18. Da können wir doch noch locker zwei Eisenbäumen bauen, oder? Und noch zwei wegen den ganzen Holzfällern, die jetzt dann wieder abgerissen werden. Easy. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Eine Nachricht vom Schwein. Schlag die Trommel. Ach, Junge. Hier ist schon sehr anstrengend. Das Schwein ist einfach im Marsch. Diesmal beschütze ich die Baumeister. Und los. Wir werden über... Mein Bogen ist euer. Zeile bereit. Wir folgen euch her. Einer für alle. Vorwärts Männer. So war zumindest der Plan. Ich glaube sogar, dass jede Einheit eine unterschiedliche Grabgeschwindigkeit hat. Also wie schnell sie Burgraben aufschütten oder anlegen kann. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Was heftig ist. So. Eure Befehle? Aus. Bin zur Stelle. Steht zu Diensten. So, Reiter gibt's heute. Eine Nachricht vom Schwein. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Klar, bestimmt. Oh, jetzt greift sie langsam aber viel an. Schaut's mal. Da kommt ordentlich was. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kennt's nicht richtig. Ich spreng euch mehr an. Nee, ich wollte es verlassen. Okay. Eine Nachricht vom Schwein. Da unten alles tot. Auch schade. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kennt's nicht richtig. Ich drängt euch mehr an. Ja, ja, ja. Mach ich. Versprochen. Irgendwann. So. Mein Wohnen ist teuer. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Zu befehlen. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Na ja. So, was ich auch mal machen kann, ist, ähm, vielleicht da mal so richtig böse reingehen und alles kaputt machen. Hä, wo ist denn hier schon wieder anderes Zeug, Leute? Hä, wo ist denn hier schon wieder anderes Zeugs, Leute? Schon wieder ein Holzzieg kaputt. Was soll denn der ganze Schwachsinn? Was soll denn der ganze Schwachsinn? So, jetzt machen wir hier mal alles kaputt. Das machen wir richtig böse, wie Philipp oder sonst jemand. Na, schön, schön, schön hier abnerven. Einmal die ganze Wirtschaft durch. Kaputt machen. So, hier durch, da durch, alles kaputt machen, dann bitte. So, da kann man noch hin. Und dann ist auch gut. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle? In Bewegung. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Drei bleiben da. Sind auf dem Weg. So, gehen wir mal wieder auf 40 runter. Ich muss nämlich hier gerade gucken. 2, 4, 5, 8, 10, 12. Passt, 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 passt. 1, 2, 3, ja, hier ist wieder was kaputt gegangen. Eine Nachricht vom Schwein. Schwein, 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 schwein. Weil die Ritter haben ja nicht so viel gemacht, ne, aber ein bisschen was. Das ist wahre Macht. Ein bisschen was. So. Wow. Unsere Lebensmittelvorhalte wachsen, Seyer. Ja, verkaufe wir Mehl, das ist auch genauso. Und Brot, komm. Alles weg. 12 Stück auf so'n Turm, ja, wieso nicht. Bin zur Stelle. Bogenschützenbereit. So, zack, zack. Passt. Wir stehen zu Dienst. Was wünscht ihr? Damit bin ich zufrieden. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Dann. Benutzen wir das Gold mal. Wir Truppen. Bin zur Stelle. Wir sind zufrieden. Es werden Rekruten benötigt sein. Okay. So, und dann können wir ja noch irgendwann hier noch Fahnen hinbauen. Schön an diese Ecke. Gut. Und die Türme kriegen diese Fahne an diese Ecke. Und die Türme kriegen diese Fahne an diese Ecke. Und die äußeren Torhäuser kriegen außen diese Fahne. Und weil ich so viel Zeugs habe, denke ich, dass es Sinn macht, auf Steuern und guten Krams zu gehen. Das ist einfach stark, weil die Einheiten von mir dann so viel aushalten. Stellt euch mal ernsthaft. Ich benötige jetzt Gold. Okay. Ähm, klar, mit der Nahrung muss ich ein bisschen aufpassen. Das muss ich mal gucken, ob das dann läuft. Aber generell sind diese Gärten und Statuen natürlich bombastisch stark. Weil der Bonus auf den Truppen einfach abartig ist. Ich finde das wirklich mächtig. Man will das auch durchziehen. Deswegen gibt es jetzt hier überall... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ja, Doppelmissklick auch. Alles klar. Wenigstens war ich nicht dumm genug, beide abzureißen, weil das wäre ja Overkill gewesen. Muss man nicht machen. So. Nein. Ja. Ja. Ah, guckt's mal. Da ist der Abstand anders. Okay. Ich schaff's halt echt, keine symmetrische Burg zu bauen. Also, das ist schlimm. Okay, so die... Es ist jetzt super eng. Eigentlich müssten die Leute Platz abends bekommen, aber... Wahrscheinlich kriegen sie nicht. So, jetzt haben wir hier schön Steuernchen. Der Rest passt dann schnell. Es werden Rekruten benötigt. Wie lautet der Plan? Na, wenn ich angegriffen werde, dann reite ich raus und töt' alles weg. Steigt auf, Brüder. Auf die Rötter. In den Sattel. So. Steigt auf, Brüder. Angriff abgehört. Angriff abgehört. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kennt's nicht richtig. Ernsthaft? Ernsthaft? Wow, ey. Ich find's ja nett, dass sie einem erzählen, dass ich Gebäude verliere. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Steht zu dienst. Auf sie. Steigt auf, Brüder. Eure Lordschaft? Die Klingen sind geschärft. Es werden Waffen benötigt, seier. So. Bald kommt mein erster Angriff. Es werden Rekruten benötigt, seier. Es werden Waffen benötigt, seier. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, seier. Eure Gnaden? Es ist jetzt alles besetzt. Wahrscheinlich noch nicht, ne? Mangel fehlt noch. 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 Balliste ist. Okay. Gut. Steht zu diensten. So. Was haben wir jetzt hier? Oh, da fehlt ja noch einiges an Rüttern. Hallo? Wo sind alle Rütter? Neu. Es werden Waffen benötigt, seier. Okay. Steine können weg. Eisen können weg. Holz behalte ich mal. Und hier Mehl und Zeugs auch. Ist nämlich wichtig. Naja. Okay. Fände ich jetzt schon gar nicht so schwach. Das glaube ich kaum geht. Ich bin da wirklich weit vorne. Nein. Ah. Das kräftet an. Nein. Schieß halt. Steigt auf Brüder. Für die Ehe. Auf sie. Die Klingeln sind geschärft. Steht zu diensten. Es ist aber viel gestorben. Eine Nachricht vom Schwein. Wow. Uff. Noch ein Angriff. Okay. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Ne. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Fuck. Off man. Uff, uff, uff. Ah. Häぁ. Kämpft nicht richtig. Ah. Der macht da dauernd irgendwelchen Schwachsinn kaputt. Das ist so nячlich. Eine Nachricht vom Schwein. So wie wäre es wenn ihr... Haackfleisch.. kommt so ab man es war so teuer und so unnötig aber hey so ist es halt so ich hoffe das mit der ladung passt jetzt weiterhin ja aber hier halt nicht wahrscheinlich brauche ich noch mal zwei also diese streitkolbenkämpfer sind extremst merkwürdig hier schon wieder was kaputt gemacht und noch zwei ok so will ich jetzt endlich soweit angreifen zu so bin zur stelle sieht gut aus das rote schwein wird jetzt angegangen ein weiter weg uns ist kein weg so ist ein micro okay hier kommt wieder ein stumpfer angreif bogen schützen bereit mein bogen ist teuer steht zu dienst mein herr neu stehen noch leute ok 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 passt glaube ich kann man lassen so das schweine ich komme auf kein turm natürlich drauf der doppel wall ist gut gemacht aber ich werde einfach durch rennen und alles rasieren und töten und das war es dann so er versucht jetzt mich abzufangen kriegt aber kaum hin so wie erhöhte schwein ist eine arme sau so hier kann ich noch einen andere schützen snacken das ist natürlich sehr gut also ritter sind schon ziemlich stark eure befehle ok zack 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 die klingeln sind geschärft bin zur stelle sturmbock bereit hallo genau die pferde sind gesattelt ah nice beides sind bereit gut gut wir folgen euch herr und los so so turm töten ist aber früh kann ich abfangen ja ja oh oh so hier kommt ein angriff rein aber das ist jetzt erstmal egal ich konzentriere mich jetzt hier auf diesen angriff dass wir in zur stelle waffen benötigt sein das war wichtiger ich glaube nicht dass du wirklich schwein hast hier sondern dass du die plätze zerstört was was habt ihr vor eine nachricht vom schwein eure tage sind gesetzt so so angreifen aber da wird nicht viel gehen eine nachricht vom schwein schwein gehade schwein gehade okay die fang ich ab das mache ich kaputt ja und jetzt geht es hier rein und auch die ritter gehen da rein ne so und die sturm böcker die kann jetzt hier gebäude zerstören und so lustig sind das hört böse ok ok ah der schwein ist tot easy how about no so da wird wieder was kaputt gemacht da wurde wieder was kaputt gemacht da wurde wieder was kaputt gemacht 1234567 fast dass sie da auch nie was treffen ist es so schlimm die ganzen bursche zu schießen darum nix so nerven mein bogen ist euer mein herr eure befehle wir geben unser bestes bin zur stelle steht zu mir bin zur stelle es werden waffen benötigt sein uff 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 armbrosten ja die gibt es nicht ok ich bin komplett im kopf grad ist echt anstrengend bin zur stelle steht zu diensten ok 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 ja nicht alle kommen ein paar ist egal so aber zumindest schon mit zwei schweine weg ist ein großer vorteil steht zu diensten das nächste stirbt auch bald wir sind bereit bin zur stelle irgendwann zu befehl steht zu diensten sind geschärft euer gnaden 10 14 16 18 20 24 ist nice ok eine nachricht vom schwein ich mache Hackfleisch aus euch ich könnte natürlich noch mehr machen aber eigentlich passt das schon warte da fehlt eins 3 5 10 16 bin zur stelle ich meine ich hab grad kein gold problem deswegen muss ich nicht noch mehr steine machen ne das geht schon uh ich dachte ich hätte schwer da gekauft wir sind bereit drei stück noch bin zur stelle die bogenschützen noch ihr habt nicht genügend güter bin zur stelle es werden rekruten benötigt wir sind bereit würde mich mal interessieren wie viele steine ich bekomme von so einem steinochsen schützen na komm so jetzt so ich hab krieg ich zwölf ja die machen nur länger pause das ist alles so 30 zock wir sind bereit ok bin bereit nächster angriff nachricht vom schwein schlaft die trommel schlaft die trommel blass das horn das schwein ist im anbarsch direkt von vorn geile schweinchen doch nö werden auf die sie abgewehrt bin zur stelle ja habe ich schon ein bisschen was verloren statt kämpfer ist tot und die bogenschütze ich mag meine burgen die ist jetzt ziemlich doof also das ist ja alles immer kaputt macht abwarte ich bin zur stelle sind auf dem weg nun denn in bewegung auf geht's gelagern eine nachricht vom schwein hier und hier und was er gesagt so So? So, Bogenschützen sind schon alle tot. Das geht so schnell. Das Schwein ist ziemlich stark hier tatsächlich. Das regt so auf, dass der dauernd irgendwas kaputt macht. Aber naja. Wie es halt immer so ist, ne? So, da macht es jetzt alles kaputt. Triebock, bereit. Flugbad ist berechnet. Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu diensten. Steht zu diensten. Die Klingen sind geschärft. Die Fähre sind gesattelt. Hab ich das Gefühl. Triebock, bereit. Katerpult, bereit. Was wünscht ihr? Triebock, bereit. Flugbad ist berechnet. Was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Triebock, bereit. Flugbad ist berechnet. Seid gegrüßt. Wir sind bereit. Knappig. Wir stehen zu diensten. Es werden Waffen benötigt. Ja, schau sehr knackig. Es werden Waffen benötigt, seier. Ihr habt nicht gemütet. Perfekt. Kein Gold, ne? Er hat es echt überlegt. Wir folgen euch, Herr. Einer für alle. Eine Nachricht vom Schwein. Quatsch. Schweigehade! Schweigehade! Heftig. Dann machen wir da hinten jetzt noch was kaputt, weil da komme ich eh nicht mehr hoch. Steht zu diensten. Wir benötigen Gold. Ja, kriegt es noch. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Das ist doch perfekt. Dann können wir doch hier schön Gold machen. Wir sind bereit. Wir benötigen Gold. Wir stehen zu diensten. So, da oben war jetzt ordentlich Stress. Das Schwein ist so gut wie tot. Ja, passt schon. Wir sind bereit. Nicht perfekt, nicht schön, aber es geht schon. Das ist wahre Macht. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Die Klingen sind gescherpt. Eine heutige Feuergnade. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Aha. Na dann. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Bin schon wieder was kaputt gegangen. Ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ist einfach wichtig. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Ich bin ganz schön müde. Wir sind bereit. Euer Gnaden. Aber es wird. Ja, es wird schon. Es werden Waffen benötigt, Seyer. Bin zur Stelle. Ja, der ist ziemlich kaputt. Der baut sich zwar gerade auf, aber... Meine Nachricht vom Schwein. Mein nächster Angriff, der kommt auch gleich in Bande. Ist auch vorbei. Mein Herr. So, der wird jetzt ein bisschen kleiner. Der sollte dann nicht ausreichen. Eure Befehle? Unerreichbar. Ein weiter Weg. Auf Sie. Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben für die Ehre. Auf Sie. Gegenwehr ist zwecklos. Schön dorthin. Die Pferde sind gesattelt. Sie haben keine Chance. Bin zur Stelle. Oh, die Bogenschützen werden uns nicht überleben. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. Was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Steigt auf, Brüder. Okay. Zum Befehl. Für die Ehre. Gut. Ja. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mein Bogen ist euer. So. Steht zu Diensten. Seid gegrüßt. Eine Nachricht vom Schwein. Das Schwein. So. Wird doch langsam. Steht zu Diensten. Die Bogenschützen kriegen nichts hin, aber hey. Eine Nachricht vom Schwein. So ist es halt. Eure Tage sind gegrüßt. Steht zu Diensten. Auf Sie. Trivok Flugbahn ist berecht. Trivok Flugbahn ist berecht. Eine Nachricht vom Schwein. Oh, was macht der denn jetzt schon wieder kaputt? Irgendwas da unten. Wow, ein Steinbruch. Ernsthaft? Eine Nachricht vom Schwein. Ich weiß nicht, ob du so viel Steilschwein hier gerade hast. Keine Ahnung. Ich muss halt kaputt machen. Wirtschaft muss weg. Alles an Wirtschaft, was er hat, muss weg. Das er es nicht mehr schafft, sich aufzubauen. Auch der Brunnen kostet Deut. Es ist halt schon teuer, aber er hat noch immer Pech und Eisen und Zeug. Dieser Pech. Lol, wie sollt der Pech? Das ist das Mensch. Wir sind bereit. Eure Lordschaft. Okay. So, genau. Na gut. Eine Nachricht vom Schwein. Das hat halt wirklich Schwein. Heftig. Es werden Rakuten benötigt sein. Ich meine, die halten schon viel aus, aber es reicht halt trotzdem nicht. Wir stehen zu Dienst. Was wünscht ihr? Vorwärts, Männer. Das ist eine Nachricht vom Schwein. Ja, nee. Keine Chance. Da muss ich mal mit richtig vielen Katapulten kommen. Das ist sonst... Da brauche ich schon einiges an Belagerungskraft, dass ich da durch die Mauer durch kann, weil... Das ist ja nervig. Er ist halt fast tot, ne? Pixberry aber... Eben auch nur fast. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt sein. So, ich warte jetzt auf richtig viel Wumms. Aber richtig viel Wumms dauert halt, ne? Es werden Wasser für sich in den Ausstellungen sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Dicker Wumms ist nicht leicht. Es werden Rekruten benötigt sein. Das Ding an der Burg ist halt, du kommst schlecht auf Türme drauf. Also ich könnte... Ja gut. Eigentlich ist das Schwachsinn. Durchs Tor und dann da... Ja, komm. Mach was mit Bogenschützen. Ganz viele Bogenschützen und dann gib ihm... Durchs Torhaus durch. Und gut, das... Und dann die Bogenschützen hoch. Weil wenn die erstmal auf Türmen stehen, haben sie auch eine Chance gegen die paar Ambroschützen, die hier stehen. Aber ich muss halt erstmal hochkommen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen behörden. Es werden Waffen benötigt sein. So. Mein Bogen ist euer, Herr. Da werde ich jetzt ordentlich angreifen dann. Wir benötigen mehr Gold. Stein läuft, Stein läuft, Stein läuft aber sehr gut. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Euer Gnaden. Probieren wir es mal anders, ja. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Euer Gnaden. Und dann... Ich gebe ihm. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Dass ich so wenig Schwertbau und Rüstungen bekomme. Das ist halt schade. Ich habe schon keine schlechte Wirtschaft, so. Aber... Geht nix, ne. Tut sich nix. Der baut sich langsam wieder auf. Das ist halt schon... Wir machen auch viel. Also ich mag die neue KI. Die ich hier installieren durfte. Weil das ist schon nicht wenig Eisen, ne. Wir schaffen viel Eisen. Steine auch. Ordentlich am Steine produzieren. Es werden Rekruten benötigt sein. Gute Wirtschaft. Aber guckt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Gebäude. Das ist schon ordentlich. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Sollte man nicht verachten. Ihr habt nicht genügend Güter. Was das alles ausrichten kann. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt sein. Ein Schwert noch. Wir sind bereit. Bogenschützen bereit. Passt. Ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Das ist halt das Ding. Langsam wird der ganz schön böse. Ne? Mein Bogen ist euer. Warte, warte, warte. Meine Nachricht vom Schwein. Oh ja, 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 ja. War klar, war klar, war klar, war klar. War klar, war klar, dass ich jetzt hier so krass überfallen werde. Fälzschlacht stehe ich gar nicht brauche. Habe ich hier so keinen Bock zu. Geht jetzt aber wohl nicht anders. Ja, aber dann kann ich doch auch den töten, oder? Dann hau ich den jetzt weg. Weil der ist jetzt schon ziemlich kaputt. Irgendwie fehlt mir hier ein Baumeister. Ja, schade. Na gut. Bis jetzt halt so. Okay, ich bekomme. Ich baue jetzt hier zwei Belagerungstürme. Sicher, sicher. Sicher. Meine Befehle? Seid gegrüßt. Bin zur Stelle. Ja. Die Klinger sind gesattelt. Neue Lordschaft. Was habt ihr vor? Wie lautet das zu befehlen? Wir stehen zu Dienst. Ihr verlangt viel. Ihr verlangt viel, was wünscht. Mein Bogen ist teuer. Okay. Nein. Oh Mann. Der macht das echt gut. Das Blödschwein. Seid gegrüßt. Ihr verlangt viel. Die Klinge sind gesattelt. Raubschlunzen, aber ich muss es zu tun. Türmchen schützen. Okay. Go. Aber die Burg hält das halt aus, oder? Das ist das Problem. Meine Befehle? Eine Nachricht vom Schwein. Ich muss da halt irgendwie durch. So, jetzt kommt hier so ein, so ein, so ein Merv-Andrück, der erstmal weg muss. Ich krieg den Turm da nicht dran, ne? Ich bin zur Stelle. Wir folgen. Bogenschützen bereit. Belagerungsturm bereit. Seid. Uff. Geht nicht. Kling nicht dran. Jetzt an. Ein unmögliches Ziel. Ne. Zu Befehl. Wir stehen zu dir. Alle Bogenschützen schon wieder tot. Angriff verkackt. Ein unmögliches Ziel. Boah, es ist nervig. Stehe ich jetzt hier richtig? Ja, gut. Aber es bringt mir halt nix. Oh, man. Krass. Ich glaube, ich muss auf 200 Schwertkämpfer sparen. Das ist sonst... Sonst geht das einfach nicht. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich komme halt hier nicht voran, ne? Das ist halt... Klar, der Turm steht jetzt hier, aber... Wir sind bereit. Das bringt mir nix. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Unglaublich. Na gut, dann machen wir jetzt hier... Schnell, weil das dauert umsonst zu lange. Es wird ein Waffen zur Stelle sein. Es wird ein Waffen zur Stelle sein. Es wird ein Waffen benötigt sein. Das ist ja ganz furchtbar. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Ah. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Also auf 200 Schwertkämpfer sparen und dann angreifen. Weg. Weil... Anders geht es grad nicht. Es wird ein Waffen zur Stelle ein Waffen benötigt sein. Eine Nachricht vom Schwein. Ja, ja, kann zwischen. Ihr kennt's nicht richtig. Ich dring euch mehr an. Ach so. Das war der Belaserungsturm. Das war der Waffen benötigt sein. So. So. Der Pulte. Dann level ich seine Burg einfach komplett weg. So. 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 Was habe ich denn Bier eigentlich? Wo kommt ein Bier her? Machen die Bier? Nö. Wo kommt ein Bier her? Wir werden überfallen. Das ist komisch. So, die Hälfte der Schwerstkämpfer, die ich möchte, habe er schon. Der Rest fehlt noch. Ihr habt nicht genügend Gold. Wir sind bereit. Ich finde eure Burg großartig. Euch auch. Danke. Ey, dieses Geklicke. Das finde ich halt cool, wenn sie bei 200 HB gemacht hätten, hier Autohandel-Option. Aber... Ja, das hat nichts. Da fehlen nur 6 Stück tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hatte aber 9 und 10. Wir sind bereit. Bin zur Stelle. Welcher Schwein war das jetzt? Orange. Gelb steht auch wieder. Wow. Krass, Mann. So. Ich dachte, das wird so viel einfacher, aber nö. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Es werden Waffen benötigt, es werden Waffen benötigt, sei er. So, haben wir jetzt die 200? Nope. Geht immer noch. Ihr habt nicht genügend Güter. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Okay. Eine Nachricht vom Schwein. Lauf weg, kleine Sündchen. Oh, Mann. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, sei er. 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 Es ist halt noch immer nicht gewonnen, ne. Eine Nachricht vom Schwein. Oh, wie viele Gebäude denn kaputt macht. Das ist so gut, ne. 3, 3, so, fehlt wieder eins. Und fehlt wieder eins. Der haut einmal drauf und bumm kaputt. Das ist krass. So. Nein, nein. Wir sind bereit. Es wird eine Waffendilie. So. Wenn das jetzt dann nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich sollte mal speichern, nicht dass es abstürzt. Das ist bei mir jetzt noch nie passiert mit dem Patch, was sehr cool ist. Aber bei Utwin habe ich das halt häufiger gesehen. Ähm, stürzt ab und dann erraten sich. Okay, das reicht nicht. Wie du siehst den Weg nicht. Los, raus. Ah. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Hallo? Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Strenkt euch mehr an! Warum sollmmm das jetzt nicht gehen. ... sind auf dem Weg." Häää. Was geht jetzt schon wieder schief? ... eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Das ist ja strange. Ganz komisch. So, der will jetzt hier wieder rumstressen, aber nicht mit mir. Okay. So. Hier geht's jetzt hin. Ah, das hoffe ich doch mal. Okay. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Seier. So. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay. Alter, viele Bäume. Krass. So. Wir freuen euch her. Ich möchte Katapulte haben. Wir stehen zu Diensten. Was wünscht ihr? So. Ihr greift da an. Und ich baue jetzt Katapulte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die Bogenschützen schützen den ganzen Quatsch. Hallen. Seid gegrüßt. Eure Lordschaft. So. Was habt ihr vor? In den Sattel. Sie haben keine Chance. Steigt auf Brüder. Auf die Rösser. Gehen wir jetzt hier hin. Was wünscht ihr? Eine Nachricht vom Schwein. Wo? Warum? Mann. Ja, doch. Nichts. Zu Befehl. Steht zu Dienst. Mein Bogen ist euer. Wie wäre es denn jetzt alles mal... Irgendwie bemannt? Ziel ist notiert. Mein Herr. Katapult wird bewegt. Okay. So. Go. 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 Okay, da ist schon was kaputt gegangen. Ganz toll. Steht zu Dienst. In den Sattel. Welchen Weg sei er? Die Klingeln sind gestärkt. My Lord. Eine Nachricht vom Schwein. Rücken aus. Eure Tage sind gezählt. So. Die Pferde sind gesandt. Doch schein My Lord. Hau drauf. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist denn los? Und das ist ja nicht gut. So gut wie erledigt. Mein Herr ist teuer. Katapult bereit. Ey, was mir hier alles an Katapulten schon kaputt gemacht wurde. Der hat dann noch eine Mauer. Ich kotze ab, man. Katapult bereit. Ey, diese Mauern, ne? Ja, der hat dann noch eine Mauer. Das ist heftig. Komm ich jetzt hin? Hier. Irgendwie ja, aber irgendwie nein. Das ganze Zeit. Katapult bereit. Mal auf. Eine Nachricht vom Schwein. Katapult bereit. Mal auf. Na ja, noch hast nicht gewonnen. Aber die Viertel meiner Schwertkämpfer sind schon tot. Was der auch Truppen hat. Krass. Die KI, man. Abartig. Das ist echt abartig. Das ist echt abartig. Das ist halt irgendwann vorbei, ne? Wir sind bereit. Nie damit, wie wir meine Glück. Wir folgen euch. Wir stehen hier. Wie ein Auto. Seid gegrünt. Wir sind bereit. Eine Nachricht vom Schwein. Ach. Oh. Das Schwein. Wittert. Gefahr. Also die Mauer ist schon gut gebaut hier tatsächlich. Katapult bereit. Katapult bereit. Das ist echt gut gemacht. Wir folgen euch Herr. Vorwärts. Ich komm hin. Ich komm hin. Ich komm hin. Ich komm hin. Okay. Jetzt war's das. Jetzt war's das. Wende. Ne, 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 ne. Den schnapp ich mir jetzt. Eine Nachricht vom Schwein. So. Nein. Leid dem Schwein. Das Leben. Bitte. So. Und da ist jetzt auch noch frei. Nein. Nein. Leid dem Schwein. Ich hab nochmal dazu gezwungen alles abzureißen. Sehr schön. Einer für alle. Aber da komm ich nicht durch. Eine Nachricht vom Schwein. Leicht nicht. Eure Tage sind gewählt. Okay. Wir haben's bald. Einer fehlt noch. Ein einziges Schweinchen. Nein. Wenn ich nochmal mit 200 Schwertkämpfern draufknall, dann haben wir's. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Aber bis dahin muss man halt auch erstmal kommen, ne. Es werden Waffen benötigt, Seier. 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 Wir sind bereit. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Wir haben nicht genügend Gold. Ich denke halt echt immer so, ja, ne ganz kurze Sache geht schon, aber uff. Also ich kann euch den Patch nur ins Herz legen. Den Community Patch vom Udwin. Müsst ihr einfach nur googlen. Udwin Stronghold Crusader Patch. Der ist jetzt aktuell 2.14 glaube ich. Oder 2.14. Und, ähm, ja. Wie gesagt, andere Burben, die Skirmish Burben von... Äh, von... Irgendwas mit T war's Tascha. Ne, Efrae. Efrae. Efrae, Skirmish Burben. Und da gibt's nen Aggressive KI Patch als Option. Der heißt Aggressive bla bla bla. Ich glaub 1.2. Bin mir nicht ganz sicher. Ist halt eine Option zum Auswählen, wie der Patch mitbringt. Und der ist knackig. Gefällt mir. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt sein, Laufschat. Fällt mir aber sehr gut. So. Euer Gnaden? Wir brauchen euch Herr. Ich könnte mich hier hinlegen und für immer schlafen. Ich könnte mich hier hinlegen und für immer schlafen. Ich könnte mich hier hinlegen und für immer schlafen. Ja, dann schlaf einfach. Mitten auf dem Vorderlager. Da schläfst gut. Wir sind bereit. Ein einzelnes Schweinchen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. So. Wir stehen zu Dienst. Es werden Waffen benötigt sein. So. Es werden Waffen benötigt sein. So. Wir stehen zu Dienst. Na, fehlen noch ein paar Truppen. Es werden Waffen benötigt sein. Ich finde, dass ich auch so KI-Turniere mache mit diesen Burgen. Weil ich finde die Schweineburg hier so stark. Schaut mal. Der hat hier durchgehen. Da muss man kaputt machen. Hier das richtige Öffnen. Und die war ja noch schlimmer. Die hatte ja dreifach Wall zum Bergfried hin. Ne. Äußerer Wall. Innerer Wall. Und dann noch einer der vom Bergfried wegführte. Um das Lager herum. Das war krass. Und so kompakt. Also wirklich Genie-mäßig konstruiert die Burgen. Ich bin begeistert. Es werden Waffen benötigt sein. Ich finde die richtig, richtig stark. Und eine starke Wirtschaft noch mit drin. Also das ist... Wow. Es werden Waffen benötigt sein. Da hat sich jemand halt wirklich Mühe gemacht. Wir sind bereit. Es hat echt einen verdammt guten Job geliefert. Geleistet. Das ist Quach. So. Mein Finger fällt mir bald ab. Ey, dieses Geklicke. Ich kotze auf hier. So. Wir sind bereit. Die KI kann das viel besser mit dem stressen. Tätig mich mal interessieren, wie gut so eine Philipp KI jetzt ist. Oder, oder, oder. Der. Marschall. Das wäre heftig. Wir sind bereit. Wir folgen euch Herren. Ich sehe den Weg nicht. So. Wir greifen beide an. Eine Nachricht vom Schwein. Ich will doch immer mehr Zeugs hier vorne, oder? Warte. Wir stehen für was. Eine Nachricht vom Schwein. Okay. Warte. Warte. Werde ich hier irgendwo noch machen. So. Hier. Da fehlt noch eins. Wir sind bereit. Und dann. Okay. So. Krass. So. Okay. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Seid gegrüßt. Steigt auf Brüder. Für die Ehre. Okay. Uns ist kein Weg zu weit. Auf Sie. Einfach rein. Eine Nachricht vom Schwein. Schweingehade. 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 So gut wie erledigt. Eine Nachricht vom Schwein. Oh. Das Schwein. Ja bitte mal. Gefahr. Okay. Okay. Aufkomm ich da hin? Ne. Eine Nachricht vom Schwein. Hätte mich auch gewundert. Aufkomm ich. Aufkomm ich. Der ist weg. So. Hau. K. Die Ambroschützen draußen. Oh. Ja mach. 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 weg. Eine Nachricht vom Schwein. Boah. Krass war das anstrengend. Das ist erst die zehnte oder elfte Mission gewesen. Ich glaube die elfte. Uff. Uff. Sieg. Ey. Viel getötet aber auch sehr viel verloren. Was im Goldeinsatz gebraucht hat. Nahrung. Stein. Eisen. Waffen. Uff. Uff. So wenig Waffen. Krass. Okay. Damit war das durch. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo. Und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Jede Pause wird zur Stunde ab. Erst hört euch wegen bewändert, und cleaned auf. Gute auf. Gut feeted auf. Schnapp und Studapi Narizante corre strageriert. Wenn ihr euch gesundiej marcheонов. Vielen Dank.